Dieser Ford Ranger steht hier zum Verkauf. Der rotfarbene SUV ist 5 Thürich, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine satte Leistung von 200 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 32.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. analyses. 泡 hàng. 수나 waverst g anymoreat Sophie Kempel. Kellischen ZeigerAber. ÜbergtePro auf Lager. dt. Te yönet Referieren Sie uns. Vielen Dank.